Was ist die Hotelszene? Die Hotelszene ist eine typische Rockstar-Szene, wenn man so will. Man hört ja immer so die ganzen Rockbands, die in den tollsten Hotels absteigen und dann das Zimmer verwiesen. Das durften wir auch machen. Und das haben wir in der Präsidentensuite von Ritz Carlton in Berlin gemacht, was besonders viel Spaß gemacht hat. Und da durften wir wahnsinnig zerdeppern, irgendwie rumschmeißen und haben eine riesen Kissen-Schlachter gehabt irgendwie. Und das hat wahnsinnig Spaß gebracht.